9 und Leitung 15 sind unsere Studiogluftleitungen und da hat jemand das Geldband gestoppt. Herzlich willkommen bei Money Express. Mein Name ist Sandra Arabian. Wer ist am Telefon? Guten Abend, hier ist der Günther Bachmann aus Darmstadt. Günther, herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Abend darf ich Ihnen wünschen. Günther, welche deutsche Stadt wird gesucht? Ansbach. Ansbach. Ansbach würde von der Buchstabenkonstellation durchaus gehen. Doch das Problematische an Ansbach, meine Damen und Herren, da wurden ja nicht alle Buchstaben verwendet. Also Ansbach geht ja schon mal nicht, weil da nicht alle Buchstaben verwendet wurden. Und da hat es den Film. Herzlich willkommen bei Money Express. Hier spricht die Sandra. Wer ist bitte am Telefon? Hallo? 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 3, 2, 1, keiner dran. Komm, wir machen das ganz schnell. Ich brauche jetzt bitte einen Gewinner. 3, 2, 1, wir starten sofort das Geldband. Und jetzt wird es hoffentlich ganz schnell klingeln. Es ist wirklich sowas von voll. Herzlich willkommen. Hier ist die Sandra von Money Express. Wer ist am Telefon? Yvonne. Yvonne, oh Mama Mia. Es geht um locker, glaube ich, 2, 3.000 Euro. Yvonne. Oh, 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 ja. Ihre Lösung bitte. Ich bekomme Beschaffung heraus. Yvonne, wir suchen. Können Sie bitte Ihre Lösung nochmal sagen? Beschaffung. Yvonne, das tut mir wahnsinnig leid. Wir suchen eine deutsche Stadt, die mit A beginnt. Beschaffung kann man aus diesen Buchstaben, so wie es aussieht, durchaus bilden. Aber wir suchen doch eine deutsche Stadt. Nicht umsonst ist das hier ein Ortsschild. Oh Gott, das wird... Na Gott sei Dank. Herzlich willkommen. Hier ist die Sandra von Money Express. Wen darf ich am Telefon begrüßen? Hallo? Wir haben zehn Leitungen geöffnet. Sie haben es geschafft. Wer spricht? Drei, zwei, eins. Aufgelegt. Es hat geklingelt. Musik aus. Hallo? Servus, Gripzi. Du bist bei Sepp. Sepp, einen wunderschönen guten Abend. Sepp, Ihre Lösung bitte. Ja, vor Augen. Schaffhausen, das liegt am Bodensee. Das kenne ich sehr gut. Schaffhausen, das liegt in der Schweiz. Wir suchen aber eine deutsche Stadt. Stimmt, Schaffhausen ist in der Schweiz. Und ich habe gesagt, beginnen Sie mit dem A. Meine Damen und Herren, wir haben kurz vor 1. Das Geldband überläuft. Die Scheine fahren wir noch auf dem Boden. Bitte jetzt 01379. All und fünf. Leitungen sind auch misklingelt. Hallo, hier ist Konstanze. Konstanze, herzlich willkommen. Hier spricht die Sandra von Money Express. Konstanze, was Sie jetzt hoffentlich gleich gewinnen werden, habe ich persönlich noch nicht erlebt. Ich darf auch gleich zu Zielen anfangen. Liebe Konstanze. Ja? Was kommt raus? Offenhaus. Wie bitte? Offenhaus. Mein Herz. Konstanze. Sag mal, da ist ja eine NU mehr drin. Ich glaube, Affenhaus kann man auch bilden von den Buchstaben, oder? A, F, F, E, N, H, A, U, S. Meine Damen und Herren, ich kann jetzt nicht einfach das Spiel abbrechen. Sollen wir das Geldband hier noch haben, kann ich das Spiel nicht abbrechen. Mein... Oh mein Gott. Ich bin jetzt ein bisschen nervös. Herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Morgen. Hier spricht die Sandra von Money Express. Wer ist bitte am Telefon? Hallo? Sprechen Sie mit mir. Es geht um... Alles. Hallo? Drei. Zwei. Eins. Keiner dran. Wir müssen noch irgendwas auflösen. Hier muss irgendwo ein Umschlag im Studio liegen. Ah, da liegt er. Hier, meine Damen und Herren. Ich muss ein Spiel noch vom Samstag auflösen. Der wurde vergessen. Automarke mit A ist Padlus. Das sagt so. Nur mal für ihn. Hallo, herzlich willkommen bei Money Express. Hier spricht die Sandra. Wen darf ich am Telefon begrüßen? Guten Abend, hier ist Shota Chilashvili. Bitte nochmal? Mein Name ist Shota Chilashvili. Einen wunderschönen guten Abend. Denn Ihr Name ist ein bisschen schwierig. Wo kommt er denn her? Ich komme aus Köln. Aus Köln kommen Sie. Wissen Sie, welche Stadt wir suchen? Ja. Die Lösung bitte? Das ist Aschaffenburg. Sie haben 8.960 Euro und einen LCD-Fernseher gewonnen. Ich darf Ihnen von ganzem Herzen gratulieren. Das ist der Wahnsinn. Wuhuuu. Können Sie das glauben? Ich bekomme die Gänsehauten. Nein, ich kann nicht glauben. 8.960 Euro und ein LCD. Das ist Ihr Gewinn. Wer sitzt mit Ihnen vor dem Fernseher? Dankeschön. Vielen Dank. Nicht auflegen jetzt vor lauter Aufregung. Wer sitzt mit Ihnen vor dem Fernseher? Sind Sie alleine gerade? Ja. Warum sind Sie... Ich bin sehr nervös. Ich verstehe gar nichts mehr. Aus welchem Land kommen Sie eigentlich? Sie haben einen leichten Akzent. Ich komme aus Georgien. Aus Georgien? Ach, das Wortmich. Da kommt doch ein Freund von mir her. 8.960 Euro. Warum sind Sie noch wach um diese Uhrzeit? Hallo? Da bleiben Sie einfach jetzt am Ziel. Ich telefoniere seit 3 Stunden schon. Jetzt kommen Sie in die Quizzentrale. Nicht auflegen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Gute Nacht. Ciao.